ich hoffe dass wir schnellstens das lager bekommt was haben wir noch jetzt ganz viele grüne dinger drin also vor der tage ende ist als du die dann ja dann kommen hoch helfen ja ich sehe es gerade das ist war dann viel ja hier einfach ja fangen hinten an und dann die kann ich aber nicht pflanzen die wachs noch am baum und dann nur mit der hand aber ernten da denkt man immer mit auch so ich brauche dann hier immer eine rakete welches das habe ich immer eingepackt noch vergessen nachzupflanzen aber wir haben auch ganz viel muss das die lange leiter hochgehen vom baum das ganz viel danke bitte ja dann immerhin schon mal eine dose den tag verkauft immer wenn wir aufnehmen stürmt das draußen kann das sein ja also ich glaube mal gucken wir was machen hier am besten du fliegst nur so langsam das kann man ein das kann ich dosieren das geht alles dann wärst du höchstwahrscheinlich ja oh mein gott ist ja richtig richtig dumm du weißt dass du nicht denken da ist ich bin noch nicht denken das ist es ja verstehe ich siehst du fängt schon wieder an ich brauche immer gerade eine übergangs strebe hin wir brauchen für jede maschine gras recht ja welches gras das ist gelbe das andere sind alles bild weiter hast du noch mal bin ich untergefallen nein glaubt nicht wie kämpfst du denn dazu ja du bist so voll fame kann das sein ja dann nimmst du auch mit mir auf da war ja gar nicht noch das mitleid achso ja ja schon ich habe mich daran so du sagst also man kann das neu bauen ja das ist der blöcke kann man noch noch anbauen sagst du ja dann bringen wir mal beim wohnen ein wie auch immer das funktioniert und ähm ähm ja ich habe mal auf die gerade super ähm wo ist der see hin da war ein see ich lerne das zeug auf was da drin ist warte wenn ich jetzt hier wieder durchkommen hätte das wieder rund richtig oder du fängst oben an oder ist was stehen davon da komme ich ja nicht durch alter wie es ruckelt einfach dabei machen wir gar nichts schlimmes oder na gut ich habe was gebaut eben daran liegt das ja immer auf zu wenig energie ja wir sollten noch ein generator bauen glaube ich ja links davon würde ich sagen so ob du mache ich aber erstmal hier weg weil dann können wir hier noch ein ding unterbauen drüber einige generator so hast du irgendwo ein energiekristall gesehen aber wenn generator baust dann wird er angezeigt ja ich hätte mich noch nicht machen können ähm gehst du ich habe einen block sollen ja hin ja da das gewächshaus musste außen rum gehen oder wie außen rum du nimmst einfach da ein weg da unten äh so ähm ja ich geh mal in den zonen ja und jetzt da oben drüber eine ganze schicht hast du 33 freilassen oder so würde ich sagen ja du kannst ja jetzt auch da wo dieses leiter stück fehlt einfach noch einen gang rüber bauen ne du brauchst doch nicht sowas wieso ist doch besser ja du kannst einfach nur so einen normalen einer gang bauen und ja ok kann man aber hier auch gleich durch ja schon hm nicht nur ein durchschenkilometern schwanz muss da haben fuchs muss man sein hm 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 gedacht du wolltest mir geld schenken das problem das habe ich den ganzen tag dann verbraucht ein kristall zu holen und ich habe nichts gemacht der gegner führt mit seiner produktion übrigens ja wenn wir einfach nur rumtreuen schon wieder was verkaufen ja ich glaube auch so dass wir was machen hier das geht nicht der feld runter muss man strebe ansetzen ja geht so kann ich machen doch so ein stück so alles natürlich ist super optimal und dann können wir nämlich auch noch was anpflanzen deine sicht ist schon gerade die spannendste hier und die bräuchte dazu auch so muss man nicht nehmen was ist alles leer und geschwindigkeit ist was noch besser ich habe nicht mehr durch ist nicht guck mal die gegner führen gleich ich sage ja gleich die schummeln kannst du dann mal nebenbei was an oder was da ist ein stück noch ein block sollte man das reinstecken nicht anpflanzen reinstecken pilze bringe ich dann hoch also pflanzt die pilze die ich dir hoch packe erst mal an wir haben überhaupt keine maschine doch ein doch eine wir haben doch da zwei leere maschinen noch dann macht er mal einfach mal machen wir da sind zwei leere maschinen unter dir ja macht dann mal ein pilz rein und das grüne rein das bringt nämlich kohle und da müssen auch noch ding sich schalte und so und schalte muss wir können auch noch gras mit grün das ist ja auch noch nicht zu zweit müssen jetzt ganz groß werden ja ich darf doch mal nach oben nur zwei raketen salin mit wenig ja übrigens das fiesta lief was sie immer läuft wenn wir am gewinn sind das muss ich pitchen weil die gamer mich dafür angebracht hat ja das in deutschland gesperrt hat video ich muss das wieder runter nehmen musste das musste diesen song pitchen dass der fünf töne höher ist als das original und habe es dann wieder online gegeben das ist scheiße ich euch kann ich nicht mehr aufheben fällt ja runter scheiße ja mache ich denn das jetzt da muss ein anderer hier ja ein anderer block ja zum flusskorridor ja dann ist da so ein ding da wo die maus hin zeigt der schmeißt du das auch hin ja scheiße das ist ja denkst das ist bei controller einfach aber wir haben ja noch gar nicht die die dosen hochwerfen ach stimmt ja die hätten wir gerade so ist ja ja nämlich drunter die müssen eigentlich bald liegen ja ab dem nächsten leben oder so glaube vorm doppelsprung bekommen wir noch so jetzt gleich ende ja ne die muss ich selber holen das ist so ein scheiße Ach, die kann ich da oben reinhören. Wieso haben die ihn jetzt? Weil er hochgeflogen ist. Ich hab den Freddy gegeben. Kannst du ihn mit runter nehmen. Hier haben wir noch überhaupt keine coolen Plätze. Ja, ähm, unterste Etagemasse. Und dass wir bauen das auch systematischer an, dass du nicht was anderes zwischen den anderen hast. Ist nicht so Schokolade. Was? Gar nicht. Ich hab keine Schokolade, nein. Ich hab auch meine Figur. Was ist denn eine Figur? Damit sie schön rund bleibt. Hm, 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 hm. Ähm, ähm. Ähm, ähm. Ich hab die Sprache wegbekommen. Mach doch mal. Nee, lieber nicht. Besser ist es. Haben wir eigentlich schon Tomaten gewonnen? Ähm, nein. Brauchen wir an dem Level noch nicht. Wir haben ähm. Wir haben ähm. Wir haben Äpfel. Wir haben... Apropos Äpfel. Müssen wir mal wieder Äpfel holen. Ähm. So, die würde ich sagen. Steck mal hier rein. Mal hin. 46 zu 15. Und da kann man noch leben. Denke dran, Dominik. Ja, nicht dass du wieder so einen Erdrutsch verursachst. Nein. Das ist nicht gut für die FPS. Du bist dran. Ich bin gerade ganz weit da gekommen. Du bist dran. Ich bin doch die Punkte. Ich bin aber auch unterwegs. Und übrigens, wenn man im Angriff immer rechts der, ähm, dingsy bumsy, ähm, komplett rot, weil wir dann verlieren, dann gehört unsere Base denen. Ja, sowieso. Ja, das heißt, dann wird die halt denen. Ah, guck mal. Jetzt muss man es auf jeden Fall benutzen, das ist die Äpfel. Ja. Ja. Ich hole dann gleich welche. Hm. Da komm ich mal.